Hallo. Hallo. Ah, wer sind Sie denn? Ich bin der Berti. Ah, hi Berti. Hallo. Ja, da ist ja sehr schön Schnauzer, sehe ich da gerade. Hast du gesagt, ich soll die Schnauze halten? Nee, du hast einen sehr schönen Schnauzer. Also beleidigen lassen tue ich mich nicht von Ihnen, das ist aber die Höhe. Ja, ich habe jetzt auch von Ihrem Hund geredet, ne? Oh ja, der ist niedlich. Ja, zeig doch. Sehr schön, das habe ich gemacht. Ach, komisch, dass er sich jetzt an Ihrem Hosenbein rubbelt, hat er noch nie gemacht. Ach so, ja, aber ich dachte, das ist eine Höflichkeitsform, oder? Ja, ja, ja. Doch, das ist doch die Begrüßung, ne? Da bringen Sie mich gerade auch eine Idee. Haben wir schon guten Tag gesagt? Äh, ich muss weg. Was? Tschüss. Oh, ja, äh, auf Wiedersehen. Tschüss.